Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht es leider noch nicht, aber hier unten liegt ein Päckchen und deswegen habe ich auch dazu passend ein paar Zettelchen, die in dem Päckchen drinnen waren und ich sage es euch Leute, wir haben eigentlich nicht geplant gehabt, dass wir dieses Video machen, aber es war so ein nettes Backerl, dass wir gesagt haben, das müssen wir euch zeigen. Ich bin auch, wie ihr seht, ohne Worte. Rita hat fast zu weinen begonnen, mir ging es ähnlich. Gut, dass da die Kamera noch nicht anfangen. Wir haben von einem Zuschauer von uns, Link ist in der Beschreibung, Klemmbausteine Forever, Grüße gehen raus an dich, ein fantastisches Lego-Paket bekommen und ich würde sagen, ohne hier weiter umherzuschweifen, schauen wir da gleich mal rein. Nein, wir haben schon ein bisschen ausgepackt, da Rita schon zu nervös war und wir gestern keine Zeit zum Aufnehmen hatten, aber wir zeigen euch jetzt nochmal den Inhalt dieses doch sehr ansehnlichen Päckchens. Wenn ein Backerl kommt, ich kann nicht anders, ich muss es aufmachen und ich hoffe, ihr verzeiht uns das, aber wir zeigen euch ja trotzdem, was so alles drinnen war. Es hat damit gestartet, dass ganz oben ein Brief drinnen war, einer von vielen, wo drauf gestanden ist, grüße euch liebe Baukollegen, da grüßen wir natürlich zurück. Vorweg, sorry, dass es so lange gedauert hat, Leute, kein Problem, wir sind auch immer tendenziell die, wo es alles etwas länger dauert, deswegen kein Problem. Also den wussten wir ja gar nicht, dass ein Paket im Anflug ist. Deswegen, wir freuen uns umso mehr. Und drei Päckchen sind drinnen, nach den Nummern aufmachen, viel Spaß. Das haben wir jetzt schon gemacht, aber wir machen das jetzt nochmal mit euch, damit ihr hier auch mit dabei sein könnt und es sind ganz coole Sachen dabei, ihr könnt euch schon freuen. Nicht nur ganz coole Sachen, sondern auch, ich finde, die Reihenfolge war super, denn mein Paket war das Erste. Ich finde, sowas gehört auch sehr gelobt. War wieder mal klar. Na gut. Und da stand dann eben, hallo Rita, eine Kleinigkeit aus meinem bisschen Harry Potter Fundus. Ich hoffe, das hast du noch nicht. Und nein, ich habe es wirklich noch nicht. Das ist ein Set, über das wir schon viel gegoogelt haben, schon oft nachgesehen haben, aber nein, wir haben es nicht. Wir haben uns mal diese kleinen Spielfiguren angesehen. Da hat mir Christoph für das, wie heißt das, Shopping Center mal welche bestellt, dass wir die in diesem kleinen Minifigurenladen quasi dann hergeben können. Aber dieses cool Spiel haben wir noch nicht. Ja, also ich bin auch ganz hin und weg. Irgendwie diese Lego Games, die waren zu einer Zeit, als wir beide nicht so firm waren mit Lego, aber das wollten wir schon länger mal nachholen. Rita hat das Spiel jetzt bekommen und ich finde das total cool. Wir warten schon drauf. Wir haben jetzt nur mehr gesagt, wir machen das Video und ich glaube, wir werden das heute Abend gleich mal spielen. Spinnen, Würfeln, Figuren. Hier ist alles Mögliche drinnen und auch Rita hat von diesen kleinen Figuren hier gesprochen. Ich weiß nicht, ob da die Kamera fokussiert. Sieht nicht so schlecht aus. Also da freue ich mich schon sehr drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich liebe Spiele und natürlich Harry Potter. Also wenn das nicht perfekt ist. Perfekt. Es ist wirklich, also danke. Auch ich sage lieben Dank dafür, weil ich finde das total cool und wir wollten schon länger mal ein Lego spielen. So, nun geht es aber weiter zu mir, dem wichtigsten Part des Videos und ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also ich lasse Rita mal vorlesen und wir schauen dann, was in dem Paket ist. Genau, hier ist ein bisschen ein längerer Text. Ich werde in der Zwischenzeit mal was in die Kamera halten und dann seht ihr schon, was das ist. Vielen Dank an dieser Stelle. Also, endlich ist es soweit. Ich bin bereit für den Umzug in eure wunderbare, schöne, geheimnisvolle, hammermäßig, bautechnisch, am höchsten Stand der Dinge, wunderschöne Stadt. Wild City. Einzugsbewerbung. Einzugsbewerbung. Rita, Christoph und Timmy. Ich würde mir wünschen, in eure wunderbare Stadt einzuziehen zu dürfen. Ich habe dir gleich meinen Arbeitsplatz, ganz wichtig, per Post mitgeschickt und hoffe, dass du ihn öfter mal fahren lässt. Was wird das jetzt wohl sein? Naja, das könnte mehr sein. Ich schnalle förmlich ab, auch wenn ich jetzt schon weiß, was drinnen ist. Ich bin ganz aus dem Häuschen. Genau. Da der Zug einen Motorschaden hat, weil es ein 12-Volt-Zug ist, finde ich cool, dass der Motor schadet. Ihr werdet eurem Blicken jetzt nicht trauen können. Ja, Rita, lies weiter. Er ist ohne Motor angeliefert worden, aber du, Christoph, du bist ja handwerklich so begabt. Oh, so lieb, dass ich das sage. Ich glaube, das war eher ironisch gemeint. Wird sicher machbar sein, einen 9-Volt-Motor einzubauen, ohne ihn wieder zum Laufen zu bringen. Ich finde ja den so cool, den Zug. Und auch endlich mal irgendwie von der Farbe her erinnert er mich. Haben wir nicht auch so einen roten... Was ist denn das für einer, der rot? Der Hogwarts Express. Nein. Ach. Nein, ich meine den anderen. Ach, wenn es mir einfällt, sage ich es euch. Ich bin ein Personenschnellzugsicherheitschef. Ja. Mehr braucht man da, glaube ich, gar nicht sagen. Das ist mal ein Wort. Das wird der Einwohnermeldeamtsbeamtin sicher sehr gut gefallen. Der Lokführer ist natürlich auch dabei und überwacht die Überführung. Perfekt. Ich würde mich freuen, in YCT einziehen zu dürfen. Natürlich. Ich meine, mit so einem coolen Zug ist das doch ganz klar. Und die liebe Edwohnermeldeamtsbeamtin wird den Einzug auch dokumentieren. Da bin ich mir ganz sicher, speziell wenn sie eine Runde im Zug mitfahren darf, wird das sicher kein Problem sein. Das wird sicher zu machen sein. Also der absolute Wahnsinn. Wir haben einen Zug geschenkt bekommen. Vielen, vielen lieben Dank. Und noch zu einem, den wir nicht haben. Ja, eben. 12 Volt Ära, wir kommen, sage ich da nur, auch wenn hier kein Motor drauf ist. Aber irgendwie werden wir den schon zum Fahren bringen. Auf jeden Fall. Christoph, du bist mein Zugseelenverwandter. Falls man das so bezeichnen darf, du bekommst mein liebstes Lego Zug Set 7740 übrigens. Falls ihr da nachschauen wollt, welches Set das genau ist. Dadurch, wenn du mit 12 Volt nichts anfangen kannst, lasse ich den Motor weg. Ja. Und da muss dann ein 9 Volt Motor rein. Aber das kriegen wir hin. Zu diesem Lego Zug eine persönliche Anekdote, eine nette und die fand ich so nett. Eine fast herzzerreißende. Ja. Ja, bitte Rita, lies vor. 1980, 12 Jahre alt war er da, holte ich mir einen Brief los und gewann 1.000 Schilling. Oh, so cool. Alleine das ist cool. Natürlich dachte ich sofort an Lego. Würden wir auch, definitiv. Wir auch. Das Set 7740 kostete aber 1.450 Schilling, also ca. 100 Euro. Meine Mutter gab mir die Differenz und ich kaufte mir mein erstes großes Zug Set. Eine super Mutter, muss ich sagen. Und auch eine super Entscheidung. Das hier, meine Damen und Herren, das hier hat sich der liebe Hans-Georg damals gekauft im Jahr 1980. Unglaublich. 41 Jahre alt. Wirklich, wir sind hier mitten dabei bei einem Stück Lego-Geschichte. Auf jeden Fall. Halten wir gerade in den Händen. Ich hatte schon verschiedene Loks und ein paar Anhänger, Schienen und ein bisschen was von der blauen Ära, aber mit diesem Set ging es bei mir richtig los. Das verstehen wir da vollkommen. Da 1980 die graue Ära startete und nun gehört Adir für deine Sache. Viel Spaß damit. Wie habe ich das verdient. Und bitte halt ihn in Ehren. Vielen Dank. Das machen wir definitiv. Zu 1.000% machen wir das. Vielen, vielen lieben Dank. Das ist so nett. Und. Ein Hammer, dieser Zug. Wirklich toll. Und? Was übrigens auch noch cool ist, ich habe das nämlich dann gelesen mit dem PS und habe mich zuerst nicht ausgekannt, aber habe mich dann noch umso mehr gefreut. PS, eine kleine Überraschung. Ich habe dir noch was eingepackt. Das hast du in einem, also er hat das in einem Video von uns gesehen, dass wir das noch brauchen. Übrigens, ich glaube den Innenteil der Lok habe ich noch nicht hergezeigt. Seht euch mal das an. Ein Traum. Mehr braucht man dazu, glaube ich, nicht sagen. Ein Traum hier auf Erden. Ach, Herrli. Und das hier, ich hoffe man kann das gut sehen jetzt, das hier hat er uns noch dazu geschickt. Das sind vier Steine, ganz spezielle Steine, es geht leider nicht auf. Ja, ich helfe dir. Und das ist vor kurzem in einem Video von uns vorgekommen. Ihr wisst es, da gibt es so einen Zuganhänger. Ja, dieser Ölwagen, 45, 37. Ich habe da gesagt, dass mir da noch vier Teile fehlen und der liebe Klemmbausteine Forever war so nett und hat uns die hier mit in das Paket reingegeben. Jetzt können wir das Set endlich kompletieren, was uns total freut. Also auch vielen lieben Dank dafür. Die kamen nämlich, glaube ich, nur bei zwei Sets in weiß vor, sind es also sehr selten, sehr schwer zu bekommen. Jetzt haben wir sie. Perfekt. Und ein Säckchen war da noch dabei, ich weiß nicht, gehört das zum Zugset? Das war auch da drauf, da müsst ihr uns bitte helfen. Wir haben jetzt, wie gesagt, aus Gründen der Filmbarkeit das noch nicht alles zerlegt und aufgemacht. Ich nehme an, dass die auch irgendwo vielleicht für den Unterbau des Zuges sind, aber werden wir sehen. Vielen, vielen Dank. Also ich bin wirklich, natürlich bin ich immer glücklich, weil ich Ritter an meiner Seite habe. Wir haben einiges an Lego schon zu Hause, was mich sehr glücklich macht. Aber natürlich, so ein Tag wie dieser, der ist nicht alle Tage. Vielen, vielen lieben Dank. Definitiv nicht. Die 7740. Das ist der Wahnsinn. Aber es geht noch weiter. Und der gute Kerl hat auch an unseren Kleinen gedacht, was uns auch immer sehr freut. So süß. Und der hat schon die Mega-Freude damit gehabt. Aber für das Video haben wir es nochmal für euch von ihm gestohlen. Da schreibt er, Servus, Baumeister Timmy. So süß. Vorweg alles Gute und herzlich willkommen auf unserer Welt. Mach das Beste draus und lebe lange und in Frieden. Das Zitat habe sogar ich erkannt. Der Lego-Personenzug aus dem Set 7740 gehört nach deinem Vater Christoph. Finde ich sehr gut von dir. Gut, dass das geklärt wurde. Aber ich hoffe, dass auch du, so wie wir und viele andere Abermillionen von Menschen, Lego und Klemmbarsteinen begeistert wirst oder schon bist. Ja. So süß. Wir tun unser Bestes. Er hat schon einiges an Duplo und spielt auch schon ein bisschen Lego. Aber da müssen wir schon noch ein wenig dahinter sein, denn da ist er noch sehr klein dafür. Und er hat ein paar Kleinigkeiten. Wobei Kleinigkeiten, ich meine... Ich fange einfach mal an, das herzuzeigen. Nummer 1, da weiß ich die Setnummer nicht, aber ein... Cooler Formel 1. Nämlich, der hat so einen Aufziehmotor oder wie nennt man das? Genau. Schon die Mega-Freude gehabt. Ich habe das schon hin und her fahren lassen. Und der Kleine ist jetzt da gesessen und immer so hoch und dann wieder hinterher gekrabbelt. So cool. Und dann noch von unserem... Ist das jetzt eigentlich wirklich Jack Stone oder ist es nur angehaucht von Jack Stone? Eine Serie, die wir auch verpasst haben. Die Figuren sind da von Jack Stone. Und das war so Anfang der 2000er. Hier ist sogar, glaube ich, das Preisschild noch drauf. 19,99 Euro. Ein Set, was so ein Polizeiboot ist. Und da ist, glaube ich, sogar ein Motor dabei. Ja, da kann man das Boot so fahren lassen. In der Badewanne zum Beispiel. Die sind in etwa 2002 oder 2003 auf den Markt gekommen. Da muss ich jetzt direkt schauen, was hier draufsteht. Momentan finde ich es nicht. Aber das war so nach der Jack Stone-Ära, die wir ja vorgestellt haben. Schaut euch die beiden Videos an. Übrigens, unser Neffe spielt... 2004 ist das hier rausgekommen. Unser Neffe spielt sehr gern mit diesem 8 Euro Flughafen. Wir sind sicher, dass Tim auch noch da ein großer Fan wird. Und es sind sogar noch ein paar kleine Sets. Und bitte, die sind alle original verpackt. Wie cool ist das denn? So cool. Also, alle diese 4 Plus-Sets, das sind so Piraten. Hier auch mit so einem Floß. Ich hoffe, es spiegelt nicht zu sehr. Also, das ist der absolute Wahnsinn. Vielen, vielen lieben Dank. Und der Affe mit den Messern. Das macht schon Sinn. Auch wirklich sehr komisches Packungsdesign. Hier immer mit den großen Kindern drauf. Ja, die sich dafür interessieren sollten. Also, wir werden die auf jeden Fall, wenn er noch ein bisschen größer wird, mit ihm aufbauen. Und wir sind uns sicher, dass er da viel Spaß haben wird. Und es endet aber noch nicht da. Damit er dann auch natürlich groß und stark wird, damit er das damit dann spielen kann. Und spielen natürlich auch anstrengend ist. Haben wir noch eine Stärkung bekommen. Ich finde das so süß. Gemüsereis mit Bio-Hühnchen und einmal Spaghetti. Spaghetti. Wir gehen doch immer. So, so süß. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das Video ist ja auch ein Sondervideo. Wir haben uns gedacht, wir möchten das gerne zelebrieren und euch das zeigen, wie cool einfach das ist, dass wir hier das Hobby Lego und Klemmbausteine nicht nur wir zwei alleine haben, sondern das im Prinzip mit unserer Community teilen. Und da sind wirklich ganz, ganz tolle Leute mit dabei. Vielen lieben Dank nochmal dafür. Vielen lieben Dank. Ihr werdet alle Sets, glaube ich, früher oder später mal auf unserem Kanal sehen. Und wir haben uns wirklich wahnsinnig gefreut. Lieben Dank, lieber Klemmbaustein Forever. Aber das war echt, also komplett unerwartet, dass so ein Riesenpaket kommt und wir waren echt, also ja, hin und weg. Also schreibt uns auch ihr auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr Erfahrungen mit diesen Lego Games habt. Das ist was, wo wir total jungfräulich sind, fast schon. Und auch dasselbe mit der 7740, dem 12-Volt-Zug. Da werde ich mal ein bisschen schauen, wie sich der motorisieren lässt, was es da sonst noch gegeben hat. Das ist auch eine ganz, ganz tolle Welt. Und dann in der Badewanne das Boot fahren lassen, auf das freue ich mich auch. Ich mich auch, ja. Vielen lieben Dank nochmal, auch fürs Einschalten und für eure Treue. Danke nochmal an dich, lieber Klemmbausteine Forever. Schaut bei ihm vorbei, Link ist in der Beschreibung. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Macht das Beste draus, vielleicht baut ihr ja was. Oh ja, oder lasst ein Boot fahren oder ein Zug. Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder mal bei uns reinschaut. Danke nochmal für alles und ich würde sagen, Rita, spricht das Abschlusswort und dann sehen wir uns. Danke an euch alle, ihr seid einfach super und wir freuen uns schon auf die nächsten Videos. Mit euch macht es einfach Spaß, dass wir Videos machen. Also danke in dem Sinn, dass ihr uns so super unterstützt. Und dann sehen wir uns ja hoffentlich bald wieder. Zum 10. Mal. Also, bis demnächst. Tschüss. 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 Vielen Dank.